Direkt hinter Dossenheim, auf dem Weg nach Heidelberg, verdichtet sich der Blütenrausch Und noch mehr, meist ungepflegte Bäume, die an den Hängen gleben. Stellt euch vor, ihr wärt eine Biene. Es ist unglaublich, was jetzt alles treibt. Blätter, Bambus an der Bergstraße, Blüten und noch gerade mal April. Es blüht und blüht und blüht, von wegen der Mais schlägt aus. Jetzt in Heidelberg. Der Blütenrausch geht weiter. Typisch für Heidelberg, die Palme im Garten. Das meine ich auch so. In Heidelberg sieht man viele Palmen, die auch überwintern. Nicht nur oben, am Philosophenweg. Die Palmen im Garten.